Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier im Museum Volkwang zu unserem Symposium Homo Ex Machina anlässlich der Ausstellung Der montierte Mensch. Lassen Sie mich mit einem kleinen Hinweis aus aktuellem Anlass beginnen. Sie alle wissen, die Verbreitung des Coronavirus hat die Welt erfasst und wir haben uns trotzdem entschieden, diese Veranstaltung jetzt an diesen beiden Tagen durchzuführen mit dem freundlichen Hinweis und der Bitte, falls Sie Symptome aufweisen sollten oder sich nicht wohlfühlen, die Veranstaltung jetzt zu verlassen. Falls Sie im Nachgang Symptome entwickeln sollten oder feststellen, Sie hatten Kontakt zu Personen, die infiziert sind, bitte uns sofort zu benachrichtigen, damit wir die anderen Teilnehmer ebenfalls darüber informieren können. Wenn ich dieser Sache vielleicht etwas Positives abgewinnen kann im Zusammenhang mit dem Thema, was uns die nächsten zwei Tage beschäftigen wird, dann ist es vielleicht, dass es mit unserer eigenen Unsterblichkeit noch nicht ganz so weit ist und dass es nach wie vor biologische Faktoren sind, die einen Großteil unserer menschlichen Existenz bestimmen. Und damit wäre ich auch schon beim Thema unser Symposium Homo Ex Machina. Der Mensch, der aus der Maschine entspringt, oder ist es vielleicht die Maschine, die aus dem Menschen entspringt? Auch das wird eine Frage sein, die uns in den nächsten zwei Tagen hier beschäftigen wird. Gleichzeitig ist Homo Ex Machina als Titel natürlich auch ein Wortspiel mit dem Deus Ex Machina, dem Begriff, den Sie ja aus dem Theater, aus der Dramatik kennen. Wenn die Situation allzu festgefahren ist und die Probleme unlösbar scheinen, dann kommt der Götterbote, der Deus Ex Machina und löst alle Probleme. Ob die Maschine oder die Technologie dieser Götterbote sein kann oder wird, auch damit werden wir uns beschäftigen, wobei ich vorwegzunehmen wage, dass wir am Ende der zwei Tage uns darüber nicht einig sein werden, ob dies der Fall ist. Ja, ich begrüße ganz herzlich unsere Vortragenden und heiße sie hier herzlich willkommen. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. I would warmly like to welcome our speakers, our international guests, a very warm welcome to you. Thank you so much for making your way to Essen, for sharing your thoughts over the next couple of days with us. I'm very much looking forward to your contributions. Ich mag mich auch bedanken bei Isabel Hufschmidt, unserer Kuratorin für wissenschaftliche Kooperation und Provenienzforschung im Haus, die dieses zweitägige Symposium konzipiert hat und uns durch diese zwei Tage moderierend leiten wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Alfred und Clare Pott Stiftung, die uns sehr, sehr großzügig unterstützen bei der Umsetzung dieses Symposiums dafür. An dieser Stelle mein ganz großer, herzlicher Dank. Es ist eine schöne, mittlerweile kleine Tradition, könnte man sagen, dass die Pott Stiftung unsere wissenschaftlichen Aktivitäten hier im Haus fördert. Ich möchte mich ebenfalls bedanken bei den Partnern, Förderern, Sponsoren unserer Ausstellung Demontierte Mensch, dazu zählen die RWE AG, dazu zählt das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, die RAG Stiftung, die Bross Stiftung, die Kunststiftung NRW, die Sparkasse Essen und die Sparkassenkultur Stiftung Rheinlands. Sie sehen, wir haben viele Unterstützer gefunden für ein Thema, das ich finde eines der bestimmenden Themen unserer Zeit ist. Das Symposium findet anlässlich der Ausstellung Demontierte Mensch statt. Eine Ausstellung, die einen sehr großen Bogen spannt und wenn Sie noch nicht die Gelegenheit hatten, sie zu besuchen, hoffe ich, dass Sie in den nächsten zwei Tagen, vielleicht in den Mittagspausen oder im Anschluss die Ausstellung besuchen können. Sie läuft ja noch bis Ende nächster Woche. Insofern bildet dieses Symposium auch einen gewissen Abschluss einerseits der Ausstellung und andererseits sozusagen ein Fortschreiben der Diskussion. Sie spannt den großen Bogen vom späten 19. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart und betrachtet das Mensch-Maschine-Verhältnis, das die unterschiedlichsten Transformationen in den letzten 120 Jahren durchlaufen hat, von der Industrialisierung über die Technisierung, Technologisierung, Kybernetik, die Computerisierung bis hin zu Fragen der Digitalisierung, zu Fragen der künstlichen Intelligenz und auch der Biomedizin. Anna Fricke, die Hauptkuratorin der Ausstellung, wird gleich die erste Keynote halten und in das Thema der Ausstellung, was ja auch gleichzeitig eine Resonanz findet, im Thema unseres zweitägigen Symposiums machen. Und vorher möchte ich aber ganz herzlich das Wort an Isabel Hufschmidt weitergeben, die einige einführende Worte sagen wird, auch zum Ablauf des zweitägigen Symposiums. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, trotz Coronavirus und wir uns zwei Tage lang anregen, denke ich, über das Thema das Mensch-Maschine-Verhältnis, das hier austauschen würde und wünsche Ihnen hier viel Freude und gute Anregungen in diesen zwei Tagen. Danke für Ihr Kommen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Jetzt ist auch schon einiges gesagt worden. Ich möchte aber nochmal den Dank wiederholen und damit möchte ich auch beginnen. Ich beginne quasi mit einem Dank an unsere Förderer dieser Tagung, die Alfred und Clare Potsch-Stiftung, wie Herr Gorschüter ja auch bereits gesagt hat. Ja, die Alfred und Clare Potsch-Stiftung hat uns wiederholt sehr großzügig unterstützt und hat auch in, finde ich, bereichender Zusammenarbeit hier gewirkt. Und ohne solche, sage ich mal, Stammförderer wären viele Projekte wie dieses Symposium auch gar nicht möglich oder könnten eben auch nicht im Detail so realisiert werden, wie wir uns das ja auch wünschten. Und ich möchte deshalb an dieser Stelle auch mal für einen ganz festen Applaus für diese Förderer bitten, denn ohne diese wäre wirklich vieles gar nicht möglich. Dank gilt aber auch noch meinen Kollegen und Kolleginnen vom Kunstring und auch von Technik und Aufsicht, von der GVE und der RGE, denn wir hatten ja quasi einen relativ spontanen Umzug hier in den Keo, vom Hirschlandsaal in den Karl-Heinz-Osthaus-Saal. Und das war innerhalb weniger Stunden geschehen, dank der Kollegen, die da so tatkräftig geholfen haben im sehr guten Teamwork. Danke auch dafür. Und damit switche ich eigentlich jetzt auch direkt ins Englische. Sie werden das auch merken, ich werde das auch je nach Gusto immer mal wieder wechseln, Deutsch-Englisch, je nachdem, wie sich das mit den Vorträgen, die sowohl auf Englisch als auch Deutsch gehalten werden, wie sich das ergibt. Also, good morning and welcome to Homo Ex Machina, the man out of the machine. The title is umbrella motto of this conference. I'm your host and will lead you through two days now ahead of us. During these two days, we will work on concepts and questions on transhumanism, transability, cybernetics, digitalization. And let's warm up a little bit together with a short distance run through some introducing aspects. With the Assembled Human, Museum Volkwang is presenting a large-scale cross-media exhibition on the topic of humanity in the period straddling industrialization and digitalization, which has direct links to the history of the Ruhr region. The two-day symposium, Homo Ex Machina, seizes upon these aspects of the comprehensive show, expands on the questions and hypotheses it raises and addresses them in greater depth. And that's the goal so far. In the context of the conference, as a backdrop for looking at current technological innovations, such as industry 4.0, digital surveillance, and the economic changes of recent decades, a focus will be placed on the historical understanding of developments since the turn of the 20th century and an outlook for the future. With a view to the exhibition, the symposium will address visual worlds that would not have been possible without industrialization, the mining industry, and the cybernetic thought that evolved during World War II and which led to the rise of digital technology. My colleague Anna Fricke, curator of the exhibition, as already mentioned, will precise some questions of the show related to these thoughts later on. But now I would like to give you some ideas of this conference and what this conference will be about. In fact, there are processes taking place. And are these about perfecting the human? That means having this idea and realization of perfection in one's own hand. Perfection in what sense of the word and to what extent. Is it about appearance? Is it about performance? That means work and work processes. Is it about a competition with nature in terms of longevity and fitness? Perfection is dependent on its perspective. For some, completing and optimizing the human means making it an organic technological hybrid, an assemblage, a cyborg, with robot-like extensions or prosthetic substitutes. But for some, completing the body even means amputation. feeling complete as a fragment. And that, of course, is very interesting too in the art historical thought and idea. For instance, with a 19th century sculptor like Rodin, the fragment becomes the approved idea of a complete sculpture. And with this, we are, of course, too in the realms of artistic practice in which the mechanized, technologized, digitalized human has made its way. and the show here at the museum features a lot of exemplary images of that kind. And it is not least for that reason that we chose Gilles' birth machine as an iconic teaser image for this conference. But a further thought here is that very corporal meaning I just hinted at is delivered to a kind of deconstruction with the idea of a forthcoming and enhancing digitalization that turns to the abstraction of bodies, the abstraction of actual haptic experience, not only in terms of the presence of the human, but affecting his, her gender, communication and language, his, her processing and exposing information to aspects that are essential to his, her identification as being part of humanity. And you see there are a lot of ideas that come to one's mind. Here's just a fragment of mine to warm up this conference. Together we will work out some more and for that purpose we want expert speakers from different fields in order to fill the topic and discussions, I hope so. And in order of appearance we have here Max Hoppenstedt, Natascha Viter-Moore, Reto Schölli, Elisabeth von Samsono, Janina Loh, Herbert M. Rurka, Jonas Weber-Herrera, Nathalie Weidenfeld, Tim Cole and Magdalena Kröner. Now I'm already switching. Okay. Applause for them, please. Thank you all for being here. So I'm slightly now switching to the formal aspects of this conference because unfortunately Stefan Urbach is not present to have his lecture on Herrschaft der Maschinen. So we made a little change and Max Hoppenstedt and Natascha Viter-Moore will have a talk which I must say is a perfect match from the depth of the abstractions of human work to the perfections of the future human. So, and now some practical information for you. For those who have not seen the information at the registration, there is filming and photos will be taken during the symposium. These photos and films will be used for press purposes, social media purposes for our print products and website. Then, discussion time for each panel is set after both lecturers will have spoken and the audience, you are invited to bring forward then questions and ideas and jump into conversation with our speakers. So, and very important too of course, there is all day catering during these two days, downstairs just some steps away. So, and with your pink bracelet by the way, you have free access to the exhibition The Assembled Human. So, so far. this from my side and now I would like to introduce my colleague Anna Fricke to you, the curator of the show The Assembled Human and she will now in the short keynote tell you a bit more about the contents of the show and with that we are bonding even tighter with the conference. Thank you Anna to have you here. Thank you Isabel for the introduction also from my side Good morning and welcome to Essen Welcome to the Museum Volkwang I will continue in German. Was wäre der Mensch ohne seine technischen Neuerungen? Wie würden wir arbeiten? Wie würden wir denken? Wie würden wir leben? Die für das Ruhrgebiet so prägende Industrialisierung ist der Ausgangspunkt des groß angelegten Ausstellungsprojektes denn sie ist die Geburtsstunde des montierten Menschen. Der von Bernd Stiegler Professor für Literaturwissenschaften an der Universität Koblenz stammende Ausdruck beschreibt den Menschen der Moderne in dessen Körper und Geist das Maschinelle eingedrungen ist und zur Voraussetzung seines Denkens geworden ist. Doch die Ausstellung fasst diesen Begriff weiter als er bei Stiegler angelegt ist. Sie erzählt vom Wandel des montierten Menschen zum kybernetischen Menschen bis zur digitalen Gegenwart. Die ausgewählten Werke zeugen von einer grundlegenden Verschmelzung. Sie berichten von Menschen, die zu Maschinen werden und von Maschinen, die menschliche Züge annehmen. Die Präsentation soll es ermöglichen, rote Fäden aufzuspüren, die sich durch das 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart ziehen, wie von Karl Großberg zu Konrad Klapeck, von Ella Bergmann-Michel zu Eva Hesse oder von Jean Tangli zu Goschka Madjuga. Sie erzählt von Fortschrittsglaube und Kriegstechnologie, von der unablässigen Optimierung der Arbeit in den Fabriken und in der modernen Dienstleistungsgesellschaft, dem fragwürdigen Geschlecht des Mechanischen und vom Aufbrechen des Körpers und dessen technischer Durchdringung im Digitalen des 21. Jahrhunderts. Sie zeigt dabei die wiederkehrenden, ambivalenten Vorstellungen der Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Diese reichen von utopischer Zukunftshoffnung, die Aussicht auf eine bessere Welt über die Angst vor dem Kontrollverlust bis zur Sorge der Mensch könne durch die von ihm geschaffenen Maschinen ersetzt werden. Den historischen Auftakt bildet dieses Panorama aus dem Krupp-Archiv. Es zeigt die Geschossdreherei von 1905 und damit die serielle Sprengkopfproduktion in einer Zeit der Aufrüstung weit vor dem Ersten Weltkrieg. In Essen war man stolz auf die Waffenproduktion und verschickte derzeit Grußkarten mit Kanonengrüßen aus Essen und den entsprechenden Motiven. Es mag weiterhin bekannt sein, schaut man sich aber die hochglänzenden Oberflächen der Sprengköpfe und ihre Sortierung in Reihe und Glied auf dem Panorama an, so weckt dies ein Gefühl dafür, wie einschneidend diese neue Ästhetik gewesen sein muss. Zum anderen fällt auf, wie sich die Größenverhältnisse verschieben. Heinrich Kleis' Gemälde Tiegelstahlguss bei Krupp von 1909 zeigt dies wiederum in Essen. Eine Vielzahl sich ähnelnder Arbeiter gießt den Stahl in einer riesigen Halle. Ein monumentaler Portalkran säumt das Treiben. Beim Blick auf dieses Gemälde werden gewissermaßen die Worte des Psychotechnikers Fritz Giese anschaulich, der in den 20er Jahren fordert, der Arbeiter müsse sich dem Willen der Gruppe und der Maschine unterwerfen und die Technik sei die neue Religion, da sie dem Einzelnen nun seine Lebensordnung gebe. Besonders ab den 1910er Jahren prägen die Technik und Mechanisierung samt neuer Materialien und die Arbeitswelten die Umbrüche in der Kunstgeschichte. Da sind zuvörderst freilich die Futuristen. So begrüßt am Anfang der Ausstellung Umberto Boccionis ikonisches Sinnbild des futuristischen Menschenbildes von 1913. Ein Maschinenmensch, kriegsbejahend, mehr Rüstung als Mensch, macht er einen forschenden Schritt in die Zukunft. Boccioni prophezeit 1914 einprägsam, Der Mensch wird sich zur Maschine entwickeln und die Maschine zum Menschen. Und er begrüßt, wie so viele, den Beginn des Ersten Weltkrieges. Bereits 1911 besucht Fernand Léger zusammen mit Marcel Duchamp und Konstantin Brancouche die Pariser Luftfahrtschau. Sie waren begeistert von der Präzision und Schönheit der technischen Objekte, fragten sich aber auch, was für eine Kunst sie nun noch machen können. Dies ist nur eines von vielen Erlebnissen, in welcher die neue Ästhetik der Zeit erfahren werden kann. Alle drei gehen ihren eigenen Weg, der auf je eigene Weise mit der Technisierung verbunden ist. Léger's Malerei ist durchdrungen von maschinellen Menschen und zeigt thematisch die Ambivalenz dieser Beziehung. Während Le Balkon von 1914 zu Beginn der Ausstellung eine im Aufruhr begriffene, undurchdringliche, ja fast chaotische Menge darstellt, in der alle Figuren aus Zylindern zusammen montiert sind, zeigt Léger's eindrucksvoller Mechaniker von 1920 in der Nachkriegszeit etwas ganz anderes. Ein stolzen, souverän Arbeiter, der eine Zigarette rauchen kann, während die Fabrik, stilisiert im Hintergrund, weiterarbeitet. Hier ist alles wohlgeordnet. Der Einzelne, der Arbeiter, tritt als Individuum hervor. In den 1920er Jahren ist die Maschine geradezu das bestimmende Sujet der künstlerischen Produktion. Der Kunsthistoriker Franz Roh konstatiert, die Maschine sei in ihrer gewaltigen Mechanik jetzt sogar Symbol und Vorbild. Wobei angesichts der verheerenden Kriegsgeschehen und den nicht nur positiven Erfahrungen in den Fabriken die Ambivalenzen immer deutlicher werden. Die Beherrschbarkeit der Maschine durch den Menschen wird fragwürdig, der Körper selbst beginnt zu einer Art Maschine zu werden. Denn die Maschinenwelt zwingt den Menschen in einen immer schnelleren Takt. Produktivität statt Kontemplation. Geschlafen wird in Schichten, denn die Maschine braucht keinen Schlaf. Sie muss aber am Laufen gehalten werden. Der russische Journalist Ilja Ehrenburg stellt 1925 fest, das Leben sei bereits durch und durch technisch. Und um die Seele des technischen Menschen zu verstehen, müsse man vor allem die Seele der Maschine begreifen. In der Ausstellung stehen für diese Zusammenhänge unter anderem Werke wie der dadaistische, wild gewordene Spießer Hartfield von George Grosch und John Hartfield von 1920, eine ramponierte, kriegsversehrte Erscheinung mit Nummern und Abzeichen. oder auch Alexander Rodschenkos Gemälde Konstruktion auf Weiß Roboter aus demselben Jahr, das eine Art Adam und Eva des technischen neuen Menschen darstellt, deren geometrische Glieder durch Kugelgelenke verbunden sind. Oder auch die Arbeitsmänner des Kölner Progressiven Franz Wilhelm Seibert aus dem Jahr 25, eine anonyme Menge uniformer Gestalten, wiederum vor einer stilisierten Fabrik mit rauchenden Schornsteinen. Düster und leer erscheinen die Gestalten, aber sie stehen eng beisammen. Sie bilden einen krassen Kontrast zu Legers Mechanica, Masse versus Individuum, Produktionsstolz versus Ausbeutung. Fotografische Untersuchungen von Marais Maybridge und Braune Fischer, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind, stehen in der Ausstellung für das umfassende Interesse an der Funktionsweise des menschlichen Körpers, wie an seinem Gang. Braune Fischer bauen nach Marais Vorbild eine technische Apparatur für den Menschen und übertragen den Ablauf des menschlichen Gangs bis aufs Millimeterpapier. In den 1920er Jahren führt der Arzt Fritz Kahn diese Haltung gewissermaßen weiter, indem er den Blick auf die Funktionsweise im Inneren des Menschen richtet. In seinem populären Buch Das Leben des Menschen zeigt er, welch ein Wunder, welch eine Fabrik und vollkommene Maschine doch der Mensch selbst schon ist und lässt Bilder zum besseren Verständnis anfertigen. Ein Poster als Beilage zum Buch nennt er Der Mensch als Industriepalast Kleine Arbeiter besiedeln Lunge und Magen den Willen verhandeln drei Männer am Konferenztisch im Kopf Doch als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, muss Kahn als Jude das Land verlassen. Seine Bücher werden verboten und zu Propagandazwecken missbraucht. In einem Exkurs behandelt die Ausstellung die totalitären Systeme in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zunächst im italienischen Faschismus, dem sowjetischen Kommunismus und dann dem Nationalsozialismus rückt die Vorstellung des Staates als Maschine in den Vordergrund. Der einzelne Körper geht im Staatskörper auf, der von den Machthabenden als ein imaginäres Bild erzeugt wird. Paraden, Aufmärsche, propagandistische Großveranstaltungen prägen bei aller Unterschiedlichkeit eine ganze Generation. Die stehlenden Körper sind mit den Worten des amerikanischen Wissenschaftlers Louis Mumford Zahnräder der Megamaschine Staat und sollen unbesiegbar erscheinen. Die Ausstellung zeigt Kontinuitäten und Brüche in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Noch während des Krieges finden in den USA die Macy-Konferenzen statt, womit Wissenschaftler verschiedener Disziplin die Kybernetik begründen. Alan Turing denkt über die Intelligenzfähigkeit von Maschinen nach und in den 50er Jahren findet dann eine regelrechte kybernetische Wende statt, unter deren Einfluss, wenn man so will, wir bis heute stehen. Grundlegend sind in der Kybernetik Gedanken zur Vernetzung, zum Feedback-Kreislauf und der daraus erwachsenen Flexibilität und selbsttätigen Anpassung von Systemen. Der Betrachtende, eine der Erkenntnisse der Kybernetik, kann keine unabhängige Position einnehmen, da er bereits selbst Teil des Systems ist. Diese neue Denkweise ist prägend für viele Künstler, für Künstlerinnen und Künstler und so entwickelt Niklas Schöffer schon in den 50er Jahren Skulpturen wie den Robot Dancer oder den Cybernetic Dancer, die über Motoren und Rezeptoren auf ihre Umwelt reagieren, auf Töne, auf Farbe, auf Licht und er lässt sie mit Tänzerinnen und Tänzern interagieren. Die Ausstellung stellt eine Aufzeichnung dieser Inszenierung neben diejenigen der Nine Evenings, wo Künstler wie John Cage und Robert Rauschenberg 1966 bekanntlich mit Ingenieuren für ihre von der Technik durchdrungenen Performances zusammenarbeiten. Sie denken nun das Verhältnis zwischen Betrachter und Kunstwerk als Feedback Mechanismus. So werden in Caged Variations Seven Betrachterinnen und Betrachter zum Teil des Kunstwerks. Es ist diese, wo dann die Bühne betreten werden kann und alle Töne aufgefangen werden, die eigentlich zu dem genau gleichen Zeitpunkt in der Realität da sind, also sowohl über Radio, über Fernsehen, aber auch die Geräusche wie zum Beispiel ein Herzschlag vor Ort, der dann hörbar gemacht wird für alle. Einen anderen Schwerpunkt legt die Ausstellung auf die Frage, welches Geschlecht das Mechanische eigentlich hat. Unwillkürlich ruft das Maschinelle und noch das Kybernetische Assoziationen an das Männliche hervor. Mann und Maschine scheint ein engeres Band zu umschließen als Frau und Maschine. Besonders ab den 1960er Jahren korrigieren Künstlerinnen diese Vorstellung vielfach. Maria Lasnik und Kiki Kogelnik thematisieren die Modifikation des technisierten Körpers. Eva Hesse arbeitet ab 1964 für ein Jahr in Essen-Kettwig. Zusammen mit Tom Doyle bezieht sie die Atelierwohnung in der Industrie Spinnerei Scheidt. Hier beginnt sie ihre Serie der Maschinen Drawings. Deutlich sind die Bezüge zu den textilen und maschinellen Objekten der Fabrik. Der Eindruck eines notwendigen aber undurchdringlichen Mechanismus stellt sich ein, indem organische textile und maschinelle Teile miteinander verbunden sind. Die unaufhörliche Optimierung des Ich. Der Verlust eines geschlossenen unantastbaren Körpers oder dessen digitaler Ersatz durch Avatare oder Spielfiguren stehen ebenso im Zentrum der Gegenwartskunst im abschließenden Kapitel der Ausstellung wie die Einbindung der künstlichen Intelligenz in gesellschaftliche Entscheidungen und den künstlerischen Prozess selbst. Der Künstler Josh Klein zerstückelt für seine Arbeit Nine to Five den Körper und legt ihn in die Fächer eines Reinigungswagens. Zeitdruck und die Steigerung der Effizienz der Arbeitskraft kommen damit metaphorisch zu einem Endpunkt, während der kleine Roboter in Goschka Madzugas Before the Beginning and After the End unaufhörlich zeichnet und zeichnet bis in alle Ewigkeit. Eine andere Maschinenfigur, die über keinen Körper verfügt, nimmt der Künstler Trevor Peglin mit seiner Videoarbeit Behold These Glorious Times 2017 in den Blick. Er möchte genau das sichtbar machen, was nicht wahrnehmbar ist. Das Maschinen sehen und Maschinen lernen. Seiner Videoarbeit legt er ein Trainingsprogramm für eine künstliche Intelligenz zugrunde. Es entsteht ein rasend schnelles Bildentferne unserer Gegenwart. Peglin spricht von unsichtbaren Bildern, da unsere Maschinen gelernt haben, ohne uns zu sehen. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er lässt eine künstliche Intelligenz Bilder zu Stichworten erstellen. Hier lautet das Stichwort Monster, die in der Geschichte für den Kapitalismus stehen. Aber was ist das eigentlich für ein Bild? Keine Fotografie jedenfalls. Ein generiertes, gemorphtes Bild, Ergebnis eines unbekannten Algorithmus und einer unbekannten Auswahl aus vorhandenen Bildern. Ist das ein gelenkter, kreativer Prozess? Was hat das Bild mit uns als Gesellschaft zu tun? Ist es ein Spiegel oder ein Sears Spiegel oder eine Maschinen Fantasie? Ich danke Ihnen Aufmerksamkeit.